Hallo und herzlich willkommen hier bei ASM, Es geht weiter auf Apparations im Let's Play. Ja und zwar habe ich einfach das nächste Mal gesagt, wir bringen die Mauer ein Stückchen weiter, bis wir sind fertig, die paar Meter hier rüben noch und ja und dann sehen wir noch einen Ravitor und das war das Geschlecht. Die Instruktion habe ich gerade hergestellt, also die laufen gerade durch. Ich weiß nicht, ob das genug sind, aber ich hoffe es einfach mal. So, wir brauchen 10 Fondations, die ziehe ich mal hier runter, das hier und das hier hin und noch 10 Barrikaden. Wir machen das in Ordnung, also unten hin, zu, ja, immer noch eins übrig, zwei. Und gut. Und jetzt machen wir nach hier. Ich muss immer beim zweiten herangehen und jetzt, ja genau, so will ich hier herangehen. Und noch eine Fondation könnte auch hier heran, muss ich sagen, also so will ich es. Gut. Und die Fondation, äh, die Egalen müssen natürlich auch hier unten heran. So. Damit die schön Schaden nehmen, jetzt komm. So, und die kleinen Klote ist eigentlich so süß, oder? Hier. 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 Sind echt. Ah. Ich weiß nicht, alle haben die selben Farben. Ich ziehe noch eine Fondation vor. Ja. Und dann mache ich die, äh, Triangle. So. So. Und so. Haben wir das auch. Jetzt ziehe ich noch diese Dinger hier. Eins. Zwei. Zwei. Bis sie hier eine volle Zahl haben. Jetzt hab ich da noch zwei übrig, ja. Ja, erst gedacht. Aber so ein bisschen haben wir dann noch was. Okay. Jetzt brauchen wir wieder die Barrikaden. Jetzt muss ich hier eine ran. So, hier hier genau. Genau. Und hier noch eine. Diese Ecke ist jetzt nicht weiter schlimm. Vielleicht mache ich da auch noch so einen Aufgang hoch. Die Töne reichen die Barrikaden, denke ich. So, hier. Okay. Jetzt drücken jetzt nicht hin. Ist okay. Gut. Jetzt haben wir das zweite übrig. Die mache ich noch. Und. Die letzte. So. Haben wir noch die Pflanz ein bisschen geschützt, damit hier niemand uns hier herankommt. Ja, ich finde das ist ganz gut so. Wenn gerade dabei Sinn mache ich auch noch so was hin. Gut. Zwei. 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 Und zwei. Genau. Und das ganze muss aber jetzt hier auch mal runter. So. Okay, das wird ein bisschen abends aussehen. Aber ich denke das könnte klappen. Hier ran. Natürlich. So. Gut. Jetzt kommt das jetzt so eine Lighting Tool. Jetzt werde ich jetzt so mittig hin platzieren. Gut. Sicht ihr Freunde? Es leuchtet ein bisschen nach oben. Es dreht sich langsam. Gut. Ich nehme noch einen Samen. Okay, Moment. Genau. Alles gut. Genau. Das ist knackos. Rocod. Das ist es im Geist. Ich denke das ist ein Verkauf und es ist das eine Einladung. Das ist nicht so ein Verkauf. Ich kann es mir sehen. Ich kann es mir sehen. Warum? Wann ist es ich mit dem Deckung. Ich bin der Besuch. Ich kann es mir sehen. Ich gebe dich. Beste Kamer. Ich kann es da noch nicht. Ich bin der Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020